Ich erinnere Europa an die 3. August 2014, als das 73. Genocid gegen Esiden stattgefunden hat. Es war jener Tag, die die Menschlichkeit ihre Gesicht verloren hat. Tausende von Esiden wurden wie Tiere geschlachtet, Männer wurden geköpft, Kinder wurden wie Stück nicht gekocht und den Mutters zum Essen gegeben. Frauen wurden vergewaltigt, über 7.000 Frauen wurden versklappt und auf dem von IS eröffneten Sexsklaven-Märkten verkauft. Wo war Europa? Wo war die Menschlichkeit? Wo war Demokratie? Wo war Deutschland? Es war Jepege. Es war Jepege. Mit Ideologie von Herrn Abdullah Ocalan Pekke, der Kampf von Ganglün hat uns Esiden gerettet. Es waren 60.000 Jesiden, die auf dem Berge von Schenglad von IS umzingelt waren. Wo war die Menschlichkeit? Wo war die Demokratie Europa? Man hat so geschaut. Über sieben Tage waren die Jesiden umzingelt. Tagtäglich bekam ich persönlich Nachrichten. So und so viele Kinder sind verdurstet. So und so viele schwankere Frauen sind gestorben mit ihren Unbewohnern. So und so viele Eltern sind verhungert und verdurstet. Wo war die Menschlichkeit? Es war Jepege und Jepege. Es war Pekke, die einen humanitären Korridor durch Schrabihe bis Rojava aufgetaucht. Heute nehmen wir unsere Jugendlichen fest und ich gehe davon aus, dass eines meinesgleichen sind. Es sind mit Sicherheit Jesiden. Wir sagen immer Danke Jepege. Danke Jepege und ich persönlich als jazidische Frau. sage ich vielen Dank wegen der Gedanke an die Antilgebirge. Meine Freiheit, meine Freiheit als jazidische Frau sehe ich in die Freiheit von Herrn Abdullah Öcalan. Mit seiner Ideologie ist es gebunden. Warum? Es war nicht das erste Genozid und das hat die Welt gesehen. Es war das 73. Genozid. Nie hat es ja ein Ende stattgefunden. Mit Ideologie von Herrn Abdullah Öcalan haben die Jesiden endlich Hoffnung auf Frieden. Hoffnung auf Freiheit. Hoffnung auf Demokratie. Hoffnung auf Selbstbestimmung über mich selbst zu bestimmen. Niemand anderes kommt und bestimmt über mich, wie ich zu leben und zu sein und zu lassen habe. Ich lebe so, wie ich es möchte. Nach jazidischen Prinzipien, nach jazidischen Religionen. Und das ermöglicht mir die Ideologie Herrn Abdullah Öcalan. Deswegen schreien die kurdischen Frauen, die jazidischen Frauen insbesondere, Freiheit für Öcalan. Frieden in Kurdistan. Freiheit für Öcalan. Frieden in Kurdistan. Freiheit für Öcalan. Frieden in Kurdistan. Im Moment erstarkt IS mit Hilfe von NATO-Partner Türkei. IS erstarkt durch die Angriffe türkischer Mächte. Und das bedeutet für meinesgleichen seine Ende. Deswegen rufen wir vielen, vielen Dank, ihr Pegge. Vielen, vielen Dank, ihr Pegge. Tausend Dank an Pegge, dass ihr uns befreit habt. Applaus 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 Applaus